Gemeinsam segeln, gemeinsam Spaß haben, gemeinsam Ängste überwinden und aktiv werden. Das ist Alle in einem Boot 2023. Das Selbsthilfesegelprojekt vom Seekitz e.V. und der AWO KISS PM, den Selbsthilfekontaktstellen aus Potsdam und Potsdam-Mittelmark. Im August 2023 geht es auf eine sechstägige Segelreise mit dem Traditionssegler Nobile. Mit dabei 14 Männer und Frauen aus Potsdam und Umgebung aus verschiedenen Selbsthilfegruppen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Krankheitsbildern. Ja, war super. War geil. Ich fand das richtig cool eigentlich, dass wir dann so in der Schräglage waren. Leinenlos also im Altstadthafen von Wismar. Kurs Nord-Nordwest. Ziel des ersten Segeltages ist das Seebad Boltenhagen. Von dort geht es nach Burgstarken auf Fehmarn und dann quer über die Kadettrinne in die dänischen Häfen Rödby und Bagenkob. Am fünften Segeltag liegt Kurs Süd an. Es geht nach Kiel. Um so einen Turn zu segeln, müssen alle anpacken. Auf dem alten Traditionssegler macht keiner was alleine. Vom Segelsetzen bis Manöverfahren. Knotenbinden, Kochen und Reinschiff machen. Und was nimmst du so mit? Dass das mal völlig in Ordnung ist, über seine eigenen Grenzen hierüber hinaus zu gehen. Und dass es gar nicht so schlimm ist, sich auf Dinge einzulassen. Viele Gespräche auf jeden Fall mit anders Betroffenen, außerhalb mit Sucht und so. Ja. Und viele gute Gespräche. Mehr Selbstvertrauen. Und ja, ich kann nicht immer gleich sagen, ich kann das nicht, sondern einfach machen. Ich nehme mir auf jeden Fall mit, dass es halt auch mit fremden Leuten geht, dass man ein Team ganz gut zusammenarbeiten kann. Dinge gemeinsam bewegen. Das ist Selbsthilfe im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der Gedanke vom Selbsthilfe-Segelprojekt Alle in einem Boot 2023. Und ganz nebenbei gibt es Gespräche und Vernetzung. Es geht darum, Ängste zu überwinden und aktiv zu werden. Das sind Impulse, die die Selbsthilfe-Arbeit braucht. Wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, es mit Selbsthilfe zu probieren, dann meldet euch in den Selbsthilfe-Kontaktstellen von Anko und damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020